Ja, Bitcoin hat sich in den letzten Tagen alles andere als positiv entwickelt und in diesem Video werden wir uns die Frage stellen und klären, ob wir uns einem neuen mehrmonatigen Bärenmarkt gegenüber sehen und wie weit es mit dem Bitcoin-Chart nach unten gehen kann. Also bleibt dran! Hallo, mein Name ist Dominik von trading-smart.de und wir blicken mal wieder auf den Bitcoin-Chart. Und da hatten wir ja sehr interessante Bewegungen, sage ich mal. Ja, es ist schon fast schon Kursstürze hier in den letzten Tagen und die sehen alles andere als ermutigend aus, fast schon beängstigend und wir erinnern uns an Phasen wie im Jahr 2018, wo es dann auch dementsprechend stark nach unten ging. Und jetzt stellen sich viele Leute bestimmt die Frage, erleben wir das, was wir 2018 erlebt haben, jetzt wieder? Und ich muss sagen, ich war noch relativ, ich war noch eigentlich sehr, sehr bullish eingestellt und zwar als wir hier oben waren, nachdem China die News gebracht hat, dass sie verstärkt wieder, also Blockchain aktiv werden möchten, beziehungsweise sogar führend werden wollen im Bereich der Blockchain. Jetzt habe ich irgendwas gehört, dass China wieder gegen Bitcoin gefeuert hat. Also im Prinzip, kurz und knapp, also ich schaue nicht großartig auf News, zumindest hier bei Kryptowährungen nicht, da das alles eigentlich im Prinzip irreführend ist und alles, was man braucht, steckt eigentlich wirklich im Chart. Und der Chart hat eigentlich uns schon hier gesagt, okay, nachdem wir hier nach dieser bullischen News, diese Fortsetzungsformation, was normalerweise hier eigentlich stattfinden sollte, nach unten gebrochen sind, das hat uns hier eigentlich gesagt, okay, der Markt ist doch deutlich schwächer, als wir, also als er sein sollte für so eine Formation hier, für diese bullische Aktion und diese bullische Konsolidierung. Deswegen, der Markt hat hier Schwäche gezeigt, wo er eigentlich Stärke zeigen sollte und ja, da hätten schon die Alarmglocken schrillen müssen und spätestens hier, nachdem wir dann in den letzten Wochen auch den 20-Tage-Leitenden-Durchschnitt hier nicht unterbrochen haben. Und bevor ich weiterrede, habe ich es euch fast schon vergessen und zwar der Risikohinweis und ihr kennt es ja, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Genau, soviel zu den obligatorischen Dingen in diesem Video und jetzt klicken wir mal wieder auf den Chart und da sehen wir ja den heftigen Kurssturz in den letzten Tagen und ja, wir blicken auch, kurzer Ausblick auf das Ende von dem Video, da werde ich euch noch einen ganz besonderen Chart zeigen, wo der ein bisschen beängstigend sein kann, aber nur, wenn wir unter ein gewisses Level fallen und das werde ich euch gleich sagen, aber zunächst mal sehen wir hier, also was aktuell passiert ist, arbeiten wir das mal kurz auf, also wir haben hier eine Beschleunigung des Abwärtstrends gesehen und nach so einer Beschleunigung folgt normalerweise dann eine Konsolidierung, die dann entweder hier nach oben läuft, beziehungsweise hier so seitwärts und dann entscheidet sich normalerweise nach so einer Bewegung, da wir uns ja hier jetzt in einem Abwärtstrend befinden, brechen diese Formationen, diese Konsolidierungsformationen nach unten aus und wir sehen neue Tiefstände. Jetzt habe ich ja gemeint, es gibt ein Level, was wirklich sehr, sehr wichtig ist und wer da mein letztes Bitcoin-Video gesehen hat, da habe ich es glaube ich auch schon erwähnt, und zwar das ist diese Region, wo das grüne Kästchen hier ist. Und zwar gibt es dafür mehrere Gründe, zum einen, wenn wir ein bisschen weiter herauszoomen in den Wochenchart und mal auf diese Stelle gehen, dann sehen wir hier, okay, 6500 Dollar, auf diesen Preis beziehe ich mich hier, also diese Range mit 6400 bis 6500, so ungefähr. Ja, das war ja, man kennt es ja aus 2018, war das hier die wichtigste, also war das diese Marktstruktur, die wir hier gebildet haben, um dieses Preislevel herum. Und diesem Preislevel nähern wir uns gerade wieder an. Und ja, ihr seht ja, hier, wir sind, wir haben es fast schon erreicht, beziehungsweise, wir haben hier mit einem, mit einem Docht, haben wir schon diese untere Trendlinie, unseres eigentlich, unserer eigentlich bullischen Flagge hier gesehen. Doch, diese bullische Flagge wird negiert, und zwar, wenn wir hier unter diese Trendlinie brechen. Und wir brechen hier unter diese Trendlinie, wenn wir hier unter 6500 Dollar fallen und darunter schließen. Also, das hier ist der Wochenchart, das heißt, wir müssen mit einer Wochenkerze da unter 6500 Dollar schließen. Wenn das der Fall ist, dann wird es ein bisschen, also, dann wird es übel, sagen wir es mal so. Sprechen wir es direkt an. Aber es ist kein Grund zur Panik, denn wenn man vorbereitet ist, dann läuft man ja nicht ins offene Messer, beziehungsweise ins fallende Messer, sondern man ist darauf vorbereitet. Und wir sehen ja hier, genau, also wir sind schon relativ nah an dieser Zone. Wir haben sie dann doch schon erreicht. Und wenn wir in den Tagesschart schauen, dann sehen wir, okay, wir sind hier im RSI, schon relativ stark überverkauft. Das heißt, es schreit eigentlich schon nach einer Korrektur. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen tiefer reinschauen, in die Details, dann sehen wir auch im 4-Stunden-Chart, okay, der war bei ungefähr 7,7 im RSI, 7,7, ja, hatten wir zuletzt, da muss man wirklich sehr, sehr weit zurückgehen, 2018, ja, 2018 nach diesem krassen Crash, sag ich mal hier, beziehungsweise während diesem krassen Crash, so, das verhaspe ich mich hier gleich noch, und, ja, also es kann durchaus sein, dass wir das gleiche Muster im RSI wiedersehen, und zwar, das Muster kann nämlich sein, dass wir, also wir hatten ja hier unsere Marktstruktur bei 6.500 ungefähr, und wir hatten auch hier bis ungefähr 7, klicken wir mal hier drauf, sogar bis, ja, bis 5 ging es hier runter, bis 5,5 im RSI. Das ist schon extrem Werte, wenn wir bereits ab 30, also beziehungsweise unter 30 überverkauft sind, haben wir 5 erreicht, und das war erst nur die erste Bewegung, und danach folgten ja noch viel größere Bewegungen nach unten, die dann eben diese Bullish-Divergenz geformt haben. Oh, diese Plus- und Minus-Darzeichen dabei, TradingView, also ich zeichne das mal hier ein, also wir haben dann diese Bullish-Divergenz geformt, während der Preis ja immer weiter nach unten gefallen ist, und das war eigentlich ein, das ist noch ein sehr starkes Zeichen für eine Trendumkehr, und diese Trendumkehr, die haben wir ja dann gesehen, und momentan sind wir halt wieder in dieser, in, ja, in dieser, in dieser Fallzone, vielleicht bilden wir, sind wir gerade dabei, wieder so eine Divergenz auszubilden, aber da ist ja, da wir uns hier in der ersten Bewegung befinden, ist hier noch deutlich Luft nach unten, und, ja, wir sind gerade an diesem, ja, Key-Level, sag ich mal, von 6.500 Dollar, und ich glaube, wir werden es jetzt diese Wochenende auf jeden Fall nicht brechen, dafür sind wir zu überverkauft, es würde mich schon sehr, sehr wundern, und wenn wir noch bis Sonntag das sehen würden, also Werte unter 5.400, äh, 6.400, wir haben ja diese Extremwerte jetzt im 4-Stunden-Chart, und wir werden zumindest hier seitlich korrigieren erstmal, bis Wochenende, denke ich, und in der nächsten Woche, die wird dann sehr, sehr spannend, und, ja, die könnte vielleicht schon so mehr oder weniger richtungsweisend sein, ob wir eben, ich sag mal, diese, diese bärische Variante hier haben, oder diese bullische Variante. Es kann natürlich durchaus sein, dass wir hier Support finden, und zwar dafür gibt es eigentlich vier, äh, vier gute Gründe, die, auf die werde ich gleich eingehen, und zwar, ähm, kann es durchaus sein, dass wir ja, wie gesagt, hier einen Boden finden, und von dort dann diese bullische Flagge nach oben hin auflösen, aber dazu müssen wir dann erstmal diese obere Trendlinie, ähm, ja, überwinden, und darüber schließen, und das könnt ihr euch ja auch in Tradingview einzeigen, der Link ist in der Beschreibung, ihr kennt es ja vielleicht schon, und wenn wir uns da drüber befinden, dann sind wir wieder bullish, und vor allem, wenn wir uns da drüber halten auch, davor sind wir nicht bullish, wir konsolidieren, und da ist ja die Tendenz eher nach unten als nach oben. Das heißt, das ist so, dass die Kiem, also das, ja, die wichtigste Marke, und man kann sich das auch einzeichnen, für mich ist es so 9.300 Dollar, wenn wir über 9.300 Dollar uns halten, dann, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir dann, dann auch in Richtung 12.000 wieder gehen, sollten wir 12.000 überwinden, ist es dann nicht mehr weit bis zu den, bis zum Allzeithoch, aber das ist jetzt sehr, sehr bullish. Ich habe ja gesagt, es gibt ein paar, ähm, also, ja, ein paar Faktoren, die dafür sprechen, machen wir das nochmal kurz weg, und zwar der erste Faktor ist hier, ihr seht es hier, diese Langzeit-Trend-Linie, und diese Langzeit-Trend-Linie, die bildet sich, die kommt aus dem Jahr 2015, und die haben wir hier, jetzt, die verbinden wir mit dem Tiefpunkt von 2019, und zusammen bildet sich diese Langzeit-Trend-Linie, und sollten wir darunter, sollten wir eben unter 6.400 Dollar fallen, dann hätten wir diese Trend-Linie gebrochen, und dann müssen wir uns an den nächsten, ähm, an den nächsten, und an die nächste Unterstützungszone halten, und das wäre dann, ja, also, wir sind hier am Wochenchart, das heißt, das nächste Ziel auf Wochenbasis wäre dann, hier dieser 200-Wochen-gleitende Durchschnitt, der würde dann ungefähr bei 4.900 Dollar verlaufen, das heißt, wir sollten mit der Wochenkerze nicht unter 4.900 Dollar, äh, schließen, weil dann kommt ein ganz anderes Szenario ins Spiel, und das werde ich euch gleich erklären, und zwar, dann befinden wir uns wirklich noch in einer, ähm, viel, viel längeren Korrektur, die noch über viele, viele Monate gehen könnte, aber da, genau, also das sind so, äh, also einmal haben wir diese Langzeit-Trend-Linie, dann haben wir die Trend-Linie aus unserer Bullischen Flagge hier, diese untere, die als Support dient, und natürlich hier auch die, die Support, den Support aus dem Jahr 2018, hier diese Marktstruktur, die wir gebildet hatten in dieser Zone, hier ist sehr viel Trading-Aktivität, und hier sollten dann auch wieder sehr viele Käufer aktiv werden, und es wird sich zeigen, ob diese Zone dann stark genug ist, um uns oben zu halten, oder eben nicht, und ein weiteres Argument dafür, dass 6.500 bis 400 Dollar ein Boden sein könnte, ist hier auch das Fibonacci Retracement, und zwar das 0.5 Fibonacci Retracement ist unsere, ähm, läuft, verläuft genau hier durch, 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 also sie liegt, um ganz genau zu sein, bei 6.600, wenn wir aufrunden, das, ähm, ist ein weiterer Punkt, also eine weitere, also ein weiterer Faktor, der uns Unterstützung liefert, und zusammen sind es 4, also wir haben ja diese Langzeit-Trendlinie, dann Fibonacci, ist Nummer 2, dann die Trendlinie von unserer Bullischen Flagge, ist Nummer 3, und hier diese Trading-Aktivität, und diese Unterstützungszone aus dem Jahr 2018, ist unser vierter Punkt, also viele Argumente, die dafür sprechen, und deswegen ist diese Zone auch so wichtig, sollten wir da jetzt runterfallen, dann ist so das nächste Ziel, was ich im Auge habe, so die Region um 9.900 bis 5.000 Dollar, und ich habe, wer meine RSI hier kennt, da habe ich ja 3 Linien eingezogen, und diese 3 Linien, die sagen uns, oder unterteilen den Markt, eigentlich in 3 Phasen, wir sehen hier, ich mache es nochmal in groß, damit wir auch den, die Preisentwicklung sehen, also solange wir über, 55 sind im RSI, sind wir bullish, ihr habt sie gesehen, da sind wir auch über den 20-Wochen-Glädten-Durchschnitt, solange wir zwischen 55 und, 42 sind, sind wir im neutralen Bereich, das war hier diese Phase, diese Konsolidierungsphase, wo jeder dachte, oh, wir gehen bald wieder auf 20.000, nichts da, wir haben diese neutrale Zone nach unten hin verlassen, und sind hier wirklich in den tiefen Bärenmarkt eingetaucht, so wie wir es auch damals in 2014 hatten, sind relativ schnell wieder rausgeschossen, sogar, anders kann man es nicht nennen, also es ging fulminant nach oben, innerhalb von wenigen Monaten, von 3.300 Dollar auf über 14.000, das passiert normalerweise, also das sieht man, das ist typisch Krypto, und wie ihr hier sehen könnt, wir sind im Wochenchart leider, oder beziehungsweise sind gerade dabei, in diese Bärische Zone hier einzutauchen, und sollte sich das bestätigen, vor allem in der nächsten Woche, sollte sich in der nächsten Woche, also dieses Bärische Momentum, weiter nach unten durchsetzen, dann, ja, ähm, sieht es auch relativ schlecht für 6.500 aus, aber, da gebe ich euch ein neues Update, jetzt möchte ich noch ein Szenario ansprechen, und zwar ein Chart, der eben dieses Szenario, überlegt, was passieren könnte, wenn wir eben unter 6.500, 6.400 schließen, und zwar möchte ich dazu diesen Chart, also ihr findet ihn auf Trading View, da könnt ihr diesen Chart laden, das ist der Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, ähm, wer, was genau das ist, könnt ihr selber recherchieren, also im Prinzip wollen sie, ist es ein Chart, der gemacht wurde, um die Liquidität von Bitcoin besser darzustellen, um einen fairen Preis darzustellen, und ihr könnt es euch mal recherchieren, was der genau ist, aber, warum ich den ganz interessant finde, ist, eben weil der hier, bis, eigentlich, zu den Beginn von Bitcoin, zurückgeht fast, also bis 2010, und, jetzt haben wir ja, also es gibt hier die Elliot Wellen Theorie, die einen lieben sie, die andere hassen sie, beziehungsweise legen nicht viel Wert drauf, ich verwende sie normalerweise nicht, aber in diesem Fall ist es schon sehr interessant, und zwar diese Elliot Wellen Theorie, äh, besteht aus einer Aufwärtsphase, einer sehr langen Aufwärtsphase, die sich aus, aus fünf Wellen zusammensetzt, und zwar haben wir, so, das ist die Elliot Wellen Aufwärtsphase, also diese Aufwärtswelle, die besteht aus einer ersten, aufwärtsgerichteten Welle, dann der zweiten Korrekturwelle, dann der dritten Aufwärtswelle, der vierten Korrekturwelle, und der fünften Aufwärtswelle, so, warum geht es nicht weiter als fünf? Genau, und zwar, nach fünf, kommt die ABC Korrektur, und diese ABC Korrektur, die fängt hier, bei dem alten Hoch an, geht hier runter, und das, was wir aktuell gesehen haben, dieser Move von 3000 auf 14.000, das könnte diese B Welle gewesen sein, und zwar, diese B Welle ist, ähm, eine Aufwärtskorrektur, aus dieser langfristigen Korrektur, und, da gibt es eben zwei Varianten, diese C, also danach, nach der B Welle, das möchte ich noch kurz erwähnen, folgt die C Welle, und, diese C Korrektur, die geht dann, ja, normalerweise, also, es gibt zwei Varianten, wir haben hier diese A, dann diese B, und dann gibt es die C, die entweder dann auf der gleichen Höhe, wie A ist, oder, die dann auch tiefer als A sein kann. So, das sind diese beiden Möglichkeiten, wir haben, also, das, was Bitcoin noch bevorstehen könnte, und zwar, wenn wir hier dieses, die, dieses wichtige Level knacken, dann, könnte es sich durchaus ausspielen, dass wir hier uns in einer, ABC Korrektur befinden, und diese ABC Korrektur, kann uns dann, locker wieder auf 3200, aus die Dollar zurückführen, auf dieses alte Tief, kann uns aber auch sogar, noch weiter runterführen, bis auf noch tiefere Tiefs, und, ja, das kann dann, also, es ist durchaus möglich, dass wir dann sogar, ähm, wieder Preisregionen, Richtung 1100 Dollar sehen, klingt jetzt sehr verrückt, ist noch sehr weit vorgegriffen, aber ich möchte euch nur zeigen, was alles möglich sein kann, hier, ähm, was aber auch möglich sein kann, ist, dass wir, das hier formen, dass wir hier diesen 200 Wochen gleitenden Durchschnitt, hier diese rote Linie, dass wir das halten, und, ich mach's mal, ich mach mal hier eine andere Farbe, dann sieht man's besser, zwar mach ich's mal gelb, nee, gelb sieht man auch nicht so gut, nee, das sieht man auch nicht so gut, ähm, ich mach's mal, so, jetzt haben wir's, ich mach's mal so, rosa, und zwar kann's auch sein, dass wir hier, so eine Flagge, ähm, oder Wimpel produzieren, also auf Langfristbasis gesehen, wäre das auch sehr, sehr bullish, weil dann wäre das eine Konsolidierungsformation, von, von dieser Aufwärtsbewegung, und die, wird dann auch normalerweise, bullisch aufgelöst, aber hier haben wir dann auf jeden Fall eine Formation, an der wir uns, ähm, an der wir uns orientieren können, und, ja, ähm, die uns dann, vor, vor großem Schaden bewahren kann, aber uns eben halt auch, großen Nutzen bringen kann, nach oben hin, wenn wir diese Schadformation nach oben hin brechen, also das sind so die, zwei, also die drei bärischen Varianten, und zwar, ich zähle sie nochmal zusammen, einmal, die sanfte Variante, nenn ich sie, die sanfte Variante ist, dieses, dieses, dieses symmetrische Dreieck, hier, das bedeutet, das würde bedeuten, dass wir, den 200 Wochen gleitenden Durchschnitt hier, als, Unterstützung halten, und von dort aus, wieder nach oben steigen, in Richtung 10.000, und vielleicht sogar, oder hoffentlich sogar, dann darüber, und, die, die zweite bärische Variante, die schon ein bisschen heftiger ist, wäre diese hier, dass wir uns in einer ABC-Korrektur befinden, und diese ABC-Korrektur würde uns, bei einem Bruch der 200 Wochen Linie, dann wieder zurückführen, auf mindestens 3.200 Dollar, also dieses alte Tief, wo wir dann einen Doppelboden ausbilden könnten, oder die sehr, sehr bärische Variante, dieser, dieser Doppelboden hält auch nicht, also 3.200 Dollar, wäre nicht unser, also unser, unser finaler Boden, und es würde dann noch tiefer gehen, und, ja, ihr seht sie hier schon, also zwischen 3.000, und, ähm, denn, also nach 3.200, beziehungsweise 3.000, wäre dann der nächste Support schon, oder erst wieder bei, ungefähr 2.000, also, das ist schon einiges Luft nach unten, beziehungsweise dann unser letztes Allzeithoch, vom letzten, ähm, Bullenmarkt, bei 1.200, ja, 200 Dollar ungefähr, das wäre die sehr, sehr bärische Variante, die bullische Variante ist natürlich, hier im Bitcoin-Chart, dass wir 6.500 halten, und von dort, noch die obere Trendlinie brechen, und dann unseren Weg nach oben fortsetzen, so, das war meine Analyse von Bitcoin, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können, ich denke, es war sehr reichhaltig an Informationen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch, wenn es, wenn es so ist, wenn es euch gefallen hat, ansonsten freue ich mich auch sehr über Abonnements, und schaut doch mal bei unserer Seite vorbei, wie gesagt, in der Beschreibung sind hilfreiche Links, da haben wir auch eine Facebook-Seite, da bleibt ihr immer aktuell, wenn wir auch mal sonstige Links oder interessante Artikel posten, aber auch über spannende Änderungen von unserer Seite, oder unsere Blog-Artikel, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, schaut vorbei, es lohnt sich, und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, wenn ihr reinschaut, wünsche ich euch alles Gute, ciao.